Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mein Gott! Bitte, walk up, bitte! Mané, Mané, Kuribali! Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu unseren Two Champions Rewards in Aftertops Nummer 4. Ja, Freunde, wir wünschen euch erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Pünktlich um 10 Uhr morgens öffnen wir hier wieder unsere Rewards. Und heute gibt es ein Highlight, denn wir haben beide heute mal in Liter 1 gepackt. Das heißt, wir haben heute die fettesten, fettesten Packs seit gefühlt einem halben Jahr oder so. Ja man, ich hab am Wochenende einfach nur, ey, da ging die Post ab. 28 Siege geholt. Ein Sieg vielleicht vor Top 100, vielleicht hätte es geklappt. Aber ich bin zufrieden mit der Leistung. Ich will ja nicht mehr Goldspieler genannt werden. Und deshalb gibt es heute endlich mal dicke Rewards. Und ich hoffe, das wird auch mal belohnt. Heute muss. Heute ist dir gegönnt. Aber was ich bei dir halt nicht verstehe, keine Ahnung. Ja, du spielst an einem Wochenende spielst du wie der größte Einhändige. Und am zweiten Wochenende spielst du, holst du dann 28. Ja, wegen der Verbindung, ganz einfach, Digga. Das liegt einfach daran. Wenn ich mein Spiel nicht aufziehen kann, dann kann ich auch nicht spielen. Ist einfach so. Gut, so. Dann würde ich sagen, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns am Samstag und am Sonntag mit dem Video. Morgen gibt's Pause. Ich würde sagen, wir können langsam mal rein sein. Machen wir erstmal hier die Rival-Sets. Boah, ich hab vier Mega-Packs. Was hast du? Ich hab zwei 125K-Packs. Okay, und ich hab zum Schluss noch vielleicht hier ein leckeres. Und zwar ein schönes LaLiga-Totz-Garantie-Pack. Es kam ja auch ein sehr krankes Team of the Week raus. Hast du gesehen? Ein Walkout im ersten Pack, aber normal. Uruguay. Ziv. Okay. Ja, Rudi nimmt man mit. Gutes SPC-Futter. Was hat er für ein Rating? 88. Nehmen wir mit. Zweites 35K-Pack. Ich glaub, die gönnen heute die 35K-Packs. Komm. Jetzt will ich ein Special-Cut-Workout haben. Sprech. Sprech. Jawoll, Info-Workout. Halt so ab. Was ist denn bei dir los? Da kann ja nur ein kranker kommen. Ja. ZDM. Boah, das ist mal nett. Oh, stabil. Gutes Rating. Thiago 88. Was geht denn bei dir ab heute die 88er am Start? Jawoll. Ihr müsst ja was wissen. Oh mein Gott, sogar Perfect Link. Was zur Hölle. Thiago und Martin S. von Bayern. Bei dir los. Mamma mia. Was geht denn heute hier ab? Das ist schon mal ein guter Start. Dann öffnen wir jetzt mal zusammen. 125K-Pack. Let's go. Boom. Komm. 35K-Pack. Gönn doch mal jetzt auch wieder. Was? Was? Und der kommt nicht raus. Bei mir auch nicht. Kaum öffentlich mit Stefan zusammen ist das Auge wieder da. Super. Oha. Was geht ab? Mamma mia ist das andersrum. Will ich kurz hier an dieser Stelle anmerken. Aber hier muss irgendwie noch einer rauskommen. Safe, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe 84er Arthur drin. Aber da kam irgendwie so ein Libertadores. Ach, die Freiheitskämpfer wieder. Ich glaube letztes Mal habe ich irgendwie Untrade mit Untrade getauscht. Haben alle in die Dings geschrieben gehabt. Ja, das stimmt. Du hast einfach alles durchgetauscht. Immer einfach am Tauschen. Lost. Okay, gut. Dann machen wir weiter. Nächstes Pack. Let's go. Komm. So, zack. Diesmal Feeling. Komm raus. Ja, das muss auch rauskommen hier. Mega Pack. Mega Pack. Ja, oha. Was ist das denn? Das muss Champions League. Ey, was? Da kommen zwei miteinander nicht raus, Digga. Guck mal, das ist ein Zeichen, Leute, Alter. Mann. 85er Champions League. Nominé, nicht Champions League. Ach. Spiele mal. Spiele mal. 81 bis 83. Ach, super. Oh, aber Double Walkout. Ich habe noch Fazio drin und Fernandinho. SBC-Futter vom Feinsten. Ja, das schmecken bei mir genau jetzt die letzten zwei reingeschissen. Stefan, mach doch nicht so ein Auge mal, ey. Du kennst das. Du fernacken, kackenacken. Okay, zu Champions? Ja. Mega mache ich zum Schluss, oder? Ja, machen wir zum Schluss, immer. So. Push drauf. Jawohl. Endlich wieder. Wuhu. Hätte auch Top 100 stehen können. Es hätt aber auch wie immer Gold 1 da stehen können. Aber doch kein Scheiß, Digga, Alter. Komm mal, einmal ruhig da drüben jetzt an der billigen Leitung. So. 3, 2, 1. Erstes für Champions League. Komm. Nein, Digga. Ich schrei. Oh. Puh. Am Ende hat noch mal gerettet. Ich habe einfach bis zum vierten nur 84er, 83er, 88er, 85er gehabt und beim letzten kam einfach 93er in 7. Ja, bei mir ist Scheiße und dann kommt da 95er Reus, den ich schon habe, Alter. Man. Oh, jetzt besperre ich dich. Stoß einen ab. Und stoß dann... Stoß ab. Ich mach wie du jede Woche SPC 10 Stunden, Alter. Ja, mach mal. Wen soll ich denn machen? Was soll ich machen? Soll ich Bundesliga SPC einfach eben machen? Was ist das? Ja, Leilige. Ach, Bundesliga Totspack. Ja. Mach ich das eben. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So, ich habe jetzt meinen Reus in die SPC abgegeben und habe mir den neuen mitgenommen. Ne, das ist ja eine super schlaue Ferdifuchs-Minibürstien-Taktik. Ne, Stefan hat kennt er sich damit aus. Hihi. Du bist auf jeden Fall ein ganz abgewichster. Okay, wir machen jetzt R1-Pack. Wir öffnen, aber gucken weg und drücken R3. Weißt du noch, wie das funktioniert? Okay, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Go! Okay, so, ich klicke drauf. So, jetzt drücke ich. Und R1. R3. Genau. Ja. Gucken wir. 3, 2, 1. Ach du Scheiße. 86er Mucci. 87er Guerrero. Okay, 1, 2, 3. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Neymatur! 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 Die Fresse, Digga. Der Fertifuchs hat wieder zugeschlagen. Bruder! Offiziell! Offiziell! Sag mir! Auseinander gedrückt! Oder nicht? Oh mein Gott! Das ist grad so sexuell erregend, Alter. Bei mir tut sich da offen schon was in der Hose. Wie kann man denn so ein Glück haben, Alter? Ich weißt du, ey. Das ist ja unglaublich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich weiß, soll ich nicht noch R2 drücken? Gucken was da noch kommt? Oder soll ich Kreis drücken? Ich will das in der Ansicht sehen. Ich will das sehen, wenn das eigentlich aufgeploppt ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Neymatur! Ich mach mal weiter bei mir. Vielleicht hab ich hier auch noch was Schönes drin. 3 mal noch dabei! Oh, scheiße! 90er-Auto! Alaba! Und Laba! Oh mein Gott, Annie! Was für Müll, Digga, Alter! Was für Müll, Alter! Digga, der ist einfach 4 Millionen wert, ne? Kommst du drauf klar? Oh mein Gott! Hä? Ich check's nicht vor allem in diesem komischen Pack da. Erstmal mit. Ey, der ist einfach 1 Million mehr wert als ein roter Ronaldo, ne? Und ist sogar... Ey, das ist der teuerste Spieler! Der teuerste Totz, den es gibt! Teuer als Ben Yedda! Alles! Ich weiß nicht, was mit EA los ist, aber wir haben... Über die Jahre haben wir eine Bindung aufgebaut. Die ist... Die kann man nicht mehr beschreiben. Ja, ich hatte diese Bindung kurz gespürt beim Toti, aber dann haben die sie wieder getrennt und dann haben sie die reingesteckt, ne? Da wurde die Nabe schon ganz kurz abgeschnitten. Okay, gut, dann machen wir jetzt das dritte auf, ne? Naja, komm! Let's go! Komm, gönn jetzt! Bitte! Och du Scheiße, Digga, ey! Mann! Thiago Silva, 95! Ey, ich hab, äh... Ja! Okay, meine SBC-Fahrt, ich hab Riquate und Handala, 92er beide. Gut, dann, äh, gehen wir mal rein in den Shop, oder? Ja, wir gehen jetzt in den Candy-Shop. 100k-Pack, are you ready? Ja, 100k-Pack, let's go, komm! Komm, komm! Jetzt haben wir noch ein paar dicke Packs, ey! Das 3er-Set muss man wenigstens gönnen. Komm schon! Let's go, der kommt! Oh! Irgendwas grünes? Blau? Wow! Winter Fresh? Ah, Winter Champions League Taric. Ja, Road to Fire... Ne, ach, Toti Nomine. Ah, 5-8. Ich hab 86er Payet, also Ultimate Scream. Okay. Oh, zwei... Dann hab ich noch Stindl dabei. Ah, zwei Informs noch. El Arabi, Inter Arabi? Dann gib irgendeinen Fisch! Gib it to Fisch! 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 Boah, das ist ne dicke Schnuppe! Bei mir ist das auch ne fette Schnuppe, aber kein Walkout! Oh, nein! Marcos Alonso, ey! Oh! 86er! Almiron! Vor gefühls 8 Monaten war das mal ne gute Karte. Kannst du dir eigentlich einfach schwitzen? Ach, wo tut er eure... Ach, Schwanzbeine Karte! Nochmal Hitze! Let's go, Alter! Ich hab nicht umsonst geschwitzt, ey! Wenn jetzt... Gehör mir jetzt was! Natürlich ich weiterschwitze! Komm, drück drauf! Läuft! Ah, jawoll Junge! Der ist gut! Let's go! Wir haben das schon gezogen gehabt, aber da bin ich wieder! Obame! 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 Oh! Let's go, Alter! Was ist der? Der ist doch High-Rated! Ja, bestimmt 500k-Saves! 500k wäre gut! Oh! 800k, Bruder! Ich bin drin! Ich seh schon diese Nation und dachte mir, ey, das kann doch nur Obame sein! Komm! Und noch irgendwas dran kleben, dann mach ich mit dem Pack eine Mille! Eine Mille auf Riddle! Oh! Oh! Let's go, Alter! Und noch Oblak und Vadi drin! Ich hab Reus drin noch, ein 90er Headliner, der ist glaube ich 150k wert oder so. Dann hab ich noch Lacazette drin, der ist auch 150k. Und testieren, was der wird! 200k, das heißt auch 500k, ist gut! Nehm ich mit! Bist du ready? Lass es in dich reinkommen! 3, 2, 1, let's go! Boah, let's go, ey! Komm, jetzt noch so ein Messi! Ne, fordere ihn nicht heraus! Da gehen wir nicht! Das Unerwartete erwarten! Oh mein Gott, nein! Ja, bitte! Oh mein Gott! Ja, Junge! Was ist denn los hier? Was ist los? Hast du mit dem Falschen angelegt? Let's go, Alter! Oh mein Gott, weißt du was bei mir grad kam? Bei mir kam grad Portugal! Wiemals! Tots! Es kam aber RM! Pizzi, 94er! Boah, Casemiro und Kruse, ja? Hört man auch mit! Aha, bei mir ist noch Thiago Silva, 90er drin! Und Wambisaka! Also das Pack war nicht so nice, ich glaub das sind vielleicht 300k oder so? Und jetzt zu guter Schluss öffne ich nochmal das Upgrade-Set hier, komm! Ach, LaLiga! Ja! Aber da kommt auch Campos, pass auf! Oh, nein! Nein, hab ich schon! Mir hat's auch gezogen, Herr Stegen! Also heute war komplett vorbei, sprengt den Like-Button! Also sowas gibt's nicht alle Tage, ich sag's euch! Das war vielleicht das beste Rewards-Video, was es bisher gab, hier! Ciao! Ja, Freunde! Daumen nach oben da lassen! Ich würd' sagen, wir sehen uns dann am Samstag und am Sonntag wieder! Kennst du diese B***er, wenn du in Food Champions gehst und siehst, einer hat einen Messi und einen, keine Ahnung, Ronaldo? Jetzt bin ich einer von denen! Jetzt bist du auch einer! Jetzt bist du gehalten! Alle schwitzen gegen dich! Ich würd' die einwechseln lieber! Oh Mann, ey! Jut! Alles klar! Wir sind raus! Macht's gut! Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.